ARD Text im Auftrag von Funk F**k dich. Du warst meine Demütigung. Aber jetzt werde ich dich vernichten. Ah, ist breit von mir sowas von ab, ey. Ich werde... ich werde... ich werde... Ich werde... ich werde... ich werde... Ich werde dich vernichten. Ich werde dich meucheln. Ey, f**king gore. Wie gefällt dir das, b**ch? So. Die Messagen waren sehr wichtig. Was machen wir? Was machen wir? Wen haben wir Gerechtigkeit? 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 Ah, den normalen. Später wahrscheinlich... Das ist besser. Sparen wir uns die Mana. Excelsior! Die werde ich auch noch vernichten. Erstmal ein bisschen... Was tanken. Und zwar den guten... Tempotrank Ultra. Müssen wir einen holen. Und das werden wir, nachdem wir... Defendigt haben. So. Unsere Meucheltruppe. Ich habe trainiert. Ich weiß, wie man sie einwendet. Und das wird das... Wohl, also... Wohl. Ich hoffe, an den Schiff. Wohl, der Mann. Wohl, der Mann. Ich habe das mal... Wohl, der Mann. Wohl, der Mann. Und jetzt kommt Professor Khaos! Mama! Heil! Seine Männer können wir betäuben. Wir haben das nächste Zufall. Schön, die haben alle schön Blutschaden. Das heißt, jetzt kommt das Feuerschwert! Guuuut! Okay, aber wenigstens brennt er noch mehr schon. Komm, wir müssen noch ein bisschen Power. Ah, die Fresse, ey. Jetzt kommt... Der gute Professor. Nochmal der Hammer! Und nochmal betäubt. Deine Leute werden die ganze Zeit nur betäubt. Zwei schon ausgeschaltet. Exekutioon! Gut! Auf einmal 9-10-8-Stum. Fast gar nicht bei ihm, aber egal. Ich würde doch nochmal greifen. Okay, super, lass dich den Ball. Komm schon, Junge! Perfekt. Und nochmal die Macht. Nehmen wir den großen oder kleinen? Nehmen wir den kleinen. Den kleinen für später. Ah, du Bitch! Das ist ein bisschen Heilung. Okay, jetzt du noch, Al. Und so wie es ausschaut, damit wir zwei Mal angreifen. Ich? Du Bitch! Du Bitch! Au! Ja, oah! Das Messer hat doch richtig viel abgezogen. Er ist richtig down. Er hält nicht mehr viel aus. Und jetzt brenne ich ihn noch zum Brennen. Au! Hey! Und nochmal, Machtank! Oder? Scheiße! Ja, friss Scheiße! Friss Scheiße! Das ist doch viel besser. Und jetzt Hammer der Gerechtigkeit. Ja! Du bist meine Bitch, Al Gore. Al Gore, so was für meine Bitch. So, dann freut man niemanden. Man muss ihn einfach nur zu Tode prügeln. Dann hat man schon eine Freunde. So, erbärmlicher Typ, ey. Am liebsten würde ich hier alles abfucken. Nein! Oh Gott! Ich muss erst mal ein bisschen Kaffee holen. Und, ach! Schönen Tag! Schönen Tag! Na, das sind die kleinen Geibnisse, wo wir... Also keine Versteckung, wo wir vorher nicht dran kamen. Jetzt kommen wir drauf. Nein! Nein! Oh, fuck my life. Ach, schweine, wenn man greift, kann man die Kirche an. Fick dich, fick dich, fick dich. Heute nicht. Stopp staring at me. It's creepy. No way! How did you find me? Yay! Wir haben alle gefunden. Erst vergesst, dass da hat sich vielleicht verstecken können. Okay. Da muss ich mal klein. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest? Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Takataku, takataku. Das ist Jennifer Lopez. Ich bin Takataku. 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 Ich bin Jennifer Lopez. Nicht jetzt, kid. Ich bin auf einer Kiste. Ja. Ich bin jetzt nach Donuts oder so. Das ist klar. Ich bin jetzt nicht Nazi. Ich glaube es passt das Spiel mir nachher. Ich bin jetzt nachher. Ich bin jetzt mit zwei Nordein zu uns hin. Ah, fünf Ringer, fünf Nazis. Easy peasy. Dann müsst uns das auf zur Kirche machen. Die sind verfickten Schweine wenn man es erredigen. Wer könnte es nur sein? natürlich ist der auch noch der chef oder die schweine wenn man was wir ich bin aber den ultra tempo tragen muss sein spüre das feuer ja klar kein einzigen schaden verletzen so kriegt er schaden schwer eine volle kanne drauf frisst den hammer ok wir brauchen mehr mana auch kräftige mana anmenge äh menge ok also der verstorben creature lenkt ihn nicht ab das heisst ich muss gleich einfach wenn man mal mal attacken würde alle plenken kann ich ihn nicht dagegen ist er auch immun dann mach ich gleich zünd ihn mit einem furze an also zünd das schon zünd dann die furze an so das war effektiv er hat seine maske verloren jetzt kommt entweder granate oder schrei ich entscheide mich für die granate die heilige granate zu bamm und hör auf mich ey hör auf mich ey Gorin zu nennen ey ooo danke fick dich fick dich fick dich fick dich boah ey Elgor ist echt n dreck sack Okay. Vergiss nicht deine Handtum mitzubringen. Okay. Die Versammlung beginnt. Es ist nicht so funny, wie Drowelves in den Middle Ages can use Powerpoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so... Our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that! We do not team up with fucking elves. You got a better idea, wizard fatass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods, you think we'll ever trust you? Yeah, you tell him, Butter. That was Jimmy's fault, and he apologized. Oh, oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my palliative ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, Butters? Enough! Whether we are human or elf, it's gonna matter one bit if all of Zoran is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde, or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The Pirates, the Federation, and... The girls. The girls? The girls? The girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No? But maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we've seen. He is really good at getting Facebook friends. I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you? Return to your stations, and prepare for war. Hooray! 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 We're all in this together now. If you need me to fight next to you, I will. If you just need a human shield, there's always Cartman. Hooray! What is this? The boys want us to play with them? I do owe you one. I can take you to the girls. But I don't think they'll be very willing to play with boys. Do you wish to speak to the girls now? And, guys, I'm sorry for the first time. This will be really ugly. You're the uglyest one. The 412 meeting of the girls is here by call to order. Sparkle! Sparkle! Sunshine! Sunshine! Sparkle! Millie Larson has the floor. If it pleases and sparkles, I move that we vote immediately on the urgent matter involving Monica Ryland. Yeah! By the way! Excuse me, I'm sorry, but I have an urgent matter that I believe needs to be addressed first. The chair acknowledges Annie. Sunshine! Sparkle! Annie knits past the floor. If it pleases and sparkles, a messenger comes with a request from the boys. What request do the boys ask of us? He doesn't really talk. That's hot. The boys are playing some new role-playing game, and the new kid here wants us to join his team. What? We don't have time for that! Something very big happened, and we must do something! I know. I thought maybe he could help. Oh, that's not a bad idea. I glitter Annie's idea! Sunshine Sparkle, a motion has been glittered to have the new kid help with Monica Ryland. All right, new kid, look. There are terrible rumors going around town that our good friend Allie Nelson was spotted at the abortion clinic. I have never been to the abortion clinic! I'm not a whore! We aren't sure, but we think the girl spreading the rumors about Allie is Monica Ryland. And then she has the gall to act all nice to me! We have to know for sure if Monica Ryland is a two-faced bitch or not! So, we're gonna send Monica a Facebook page with your... Then tell her that you're Bay Bay's boyfriend from Redford, and you wanna meet her and ask her what the best thing to get Bay Bay for her birthday would be, and see if Monica tries to hit on you at all, because that way we can see if Monica is a manipulative bitch! What? Do this task for us, and the girls will consider your request. Sparkle! Sunshine! Ah! Ah! You'll find Monica waiting for you at the park. All you have to do is pretend to be Bay Bay's long-distance boyfriend. When the job is done, come see me. What was it like in there? Is there technology more advanced than ours? No. You should head over to the park. Monica will be waiting. Not by ansatzweise. Ugh! A bit of coke helped me. Sparkle! Sunshine! Ah, I hope all the girls are going to be waiting. Okay? Yeah, girls have the girls. They are so funny. Is also clear that the girls are going to be waiting for them. Hello! If you ever travel, photo dojo has a great deal on passport photos. Ja, da werden wir noch drauf zurückkommen. Ich komm. Na vielleicht. Alles klar. Ja. Sie ist geil. Ach, du bist doch kein Gegner für mich. Ha, er hat keinen Status-Effekt da. Komm, Lungs, mach den fertig. Und jetzt komm, gib ihm den Rest bei das. Was soll ein Lachen. Aber Hauptsache, wir sind unsere Freunde auf Facebook. Neue Nachrichten von Monica, okay. Hey, tut mir leid, dass Jake so ausgelöst ist, aber ich wäre trotzdem gern mit dir gefreundet. Ja, die steht auch von uns. Ist ja nicht verwunderlich, ne? Mädchen sind schon echt merkwürdig gewesen. Punkt. Wie der Wahnsinn mit den Girls weitergeht, seht ihr höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth in der Girl Edition. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritiken. Lange Rede hat kurzer Sinn. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.